Nach Ewigkeiten. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Deadfax sagt, dass noch jemand den System hackt. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen, formiert es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Hotelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung. Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Suchen sie einen Brückenzugang. Lille. Lille. Aha. Ich finde, sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Aber das Tattoos, Piercings und die Haare, das verdirbt dir irgendwie die Hübschheit. Ich verstehe nicht. Manche Leute können so hübsch aussehen, aber müssen das auch noch versauen. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wirklich. Die Brücke ist kaputt. Warte. Was war der Gott? Kamera. Heckt man die? Das ist das Problem. Ach, wie geil. Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias früher. Tobias heißt das. Und so heiße ich auch. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias. Tobias war einer der CTOS-Kommunierer, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns seine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Dadset versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende. Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker eigentlich ist. Ist der. Da. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Wo weiß sie das? Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich seh mich mal um. Let's set up. Teilzeit-Tellerwischer, oh wei. Die leben, glaube ich. Penner. Ja, oder. Aufdachlose. Die kein Zuhause haben. Die können nicht genau böse sein. Also. Das sage ich nichts zu. So wie wir. Sind sie auch Leute. Was für ein sicker. Zähne. Oh man. Vergiss das eigentlich alles, was ich gesagt habe. Hey. Foster. Schnorrer. Geiler Beruf. Verkauf ein Obdachlosen-Magazin. Achso. Wie hieß sie? Sind Obdachlosen-Magazin. Verkauf ein Obdachlosen-Magazin. Ich gucke mal, wer ist das denn? Read in Container. Na. Brauchbaren. Dingen. Ach, das ist ein guter Job. Beruf. Den habe ich heute in der Bild gesehen. Dass er angeboten wird. Und das ist der Typ hier. Wo ist der? Genau, da. Dahinter. Noch. Ja, bisch. Nee. Komm, ich bin dahin. Oh. Flyer-Verteiler. Was geht's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Ich sehe aber genauso aus wie die Obdachlosen. Dann bleibt der zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Poker-Rolle, ja? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Hey! Vielleicht eins, was ich auch kann. Moment. Was ist das? Noch jemand verfolgt den Namen auf. Das ist sicher fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Thru erfinde. Ich sammle ihn jetzt auf. Ausschalten. Ne, ich muss jetzt ausschalten. Und währenddessen verfolgt mich ein anderer Typ. Sag mir das nicht. Ah, ne, ich muss den während... Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du bist allein nicht, oder? Schon gut. Huh? Was ist das denn? Die Karin macht irgendwie komische Geräusche. Ne? Ach Gott, ey. Was fahr ich mir denn da zusammen wieder? Aber bei dem Spiel kann man sich nur was zusammenfahren, ey. Leckofun. Ich hoffe, der Typ wartet auch manchmal. So. Damit die Arschlöcher mich nicht mehr stört. Das bringt auch eigentlich gar nix. Wow. Wow, wow, wow. Alter, der ist schnell. Oh, da ist. Der ist schon. Scheiße, du Penner. Ja, komm. Ja, komm. Jau. Wie stellt er sich... Alter. Haut doch mal alle ab. Was? Kann er mich auch entdecken, oder was? Das ist doch egal. Der entdeckt mich sowieso. Nein. Was? WTF? Was war das denn? Och Gott. Gosh, Alter. Gosh. Jetzt kommt die Aufgabe wieder, weißt du? Da haben sie es noch härter gemacht, dass ich... Nein. Ah! Alter, ist langsam die Karre. Auf einmal. Hey, ich dräng dich ab. Warum dräng ich dich nicht ab? Wir drei in einer Reihe. Was machst du denn heute? Hey, danke. Da wollte ich auch hin. Alter! Was? Ich fahre mich da um. Bäh. Scheiße. Fickt euch. Ich komme da nicht mehr vorbei. Okay, das war's. Er ist weg. Halleluja. Mann! Ah, nach Schiss bin ich schon. Hau... Alter, warum... Überlebt der noch? Ich kann aber nicht aus dem Auto schießen. Das ist irgendwie voll unlogisch. Er fällt aber über Rot, der Penner. Ja, der biegt natürlich ab. Wundervoll. Er fällt nicht gerade aus, wo... Was? Ey, der Penner! Was? Was denn, Alter? Alter, wo... Ich hab... Ich hab den Falschen gesehen, Alter. Der war da da ausgestiegen oder nicht? Auf einmal, er kommt rechts einer und will mich umbringen. Schnauze. Es ist... Eine Qual, das Spiel. Es ist eine Qual... ...des Todes. Das dritte Mal das gleiche... ...einfach mal... ...beschissen hingeklatscht. Einfach mal beschissen hingeklatscht. Wieso... ...klatschen dreimal das gleiche... ...Scheiß... ...hin? Ich versteh das nicht. Wollen die einen... ...verarschen oder was? Sie blöden... ...und das auch noch Ubisoft. Ich versteh das nicht. Kann ich gar nicht, äh... ...nachvollziehen, dass das Ubisoft, äh... ...die Entwickler sind. Halt die Schnauze, ey! Mit deiner scheiß Verstärkung, ey! Verpiss dich doch mal! Mann! Reicht mit dir! PENNER! Wo ist der? Komm in! So, jetzt hau ich ab. Wehe, die sind schneller als ich. Natürlich sind sie schneller als ich! Ja, ich täusche! Ich will das auch sehen, ne? Schiss! Dann bin ich wohl raus bei der Nummer! Seh ihn nicht! Scheiße eben! Scheiße! 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 Er hat uns abgeschüttetet! Boah, ich wollte schon sagen, natürlich wissen sie auch, wo ich genau, äh, hingegangen bin. Hey, sie ist wieder Lassa gegangen. Scheiße! Komm, jetzt nicht... Ah... Nein, ich vormiere! Fuck you! Okay. Dann eine Runde Poker mit Tobias Fruhr. Ja, endlich! Er ist der Schlüssel zu Fleras Insel. Ey, ich brauche ein Boot! Boah, weiß ja genau, dass ich da drinnen dran bin. Ja, genau, Alter, voller Pisser! Ey! Ey! Pisse! Blöde! Cool, ey! Und... Alter, wie weit ist das? 1000 Meter stand da gerade. Ey! Ich brauche ein Boot! Ich brauche ein Boot! Ich brauche ein Boot! Ach, ein Boot! La, 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 ein Gummiboot! Ey! Ey, ihr Pisser! Ich brauche das Boot! Ich brauche... Alter! Mach einen einen Bogen um mich, oder was? Ach! Ich bin es leid. So, ey! Ich bin die gelben Boote da. Kann man die auch nehmen? Ey, die fahren hier einfach nur Runden! Ey, das ist doch behindert! So, eine tolle Qual mit, äh... NPCs! Was ist denn das für ein Schiff? Kann ich das überhaupt fahren? Rapid Cape! Was hat der vor? Ich hab... Schwimmen doch gerade nur! Warte, was ist das? Aufsitzen! Ha! Was? Boah, ist das langsam! Äh, äh! Ach, ein Taxi bin ich! Alter, ist das langsam! Warte! Alter, wie langsam ist das Boot! Ah, okay, ich muss nach... Ah, okay, ich muss nach... ...rechts... ...rechts... ...nei... Ich weiß, ich glaube noch Scheiße! Ich schäme mich dafür! Ich fahr den jetzt um! Hoppla! Ich wollte nur heute den Zug nehmen! Scheiße! Ich schäme mich mal mit! So, wohin muss ich jetzt? Mhm, mhm... Ach, schön! Eine Bozwa, die ist schön! La 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 la! Und jetzt? Achso, ja... ...können wir auch hier um die Ecke... ...quischen! ...können wir auch hier um die Ecke... ...sind da! Genau! Kann man das Boot auch stoßen? Ne, es war ja nicht hier, das Spiel, ne? Ich verwechsel das mit Farquay! Hallo, ich bin hier runter. Ach, man darf nicht schlaufen. Ach, natürlich. Man darf nicht schlaufen, während man aus dem Boot möchte. Okay. Was machst du? Ich schlaufe die ganze Zeit mit dem Knopf. Der. Bleib stehen. Weißt du, ein bisschen. Komisch, ne? Komm, auf den Zug springen. Nein, kacke. Schade. Schade, schade, schade. Komm, glätte mal hier hoch. Ne, geht nicht. Wir gehen einfach hier rum. Wo ist der Zaun überhaupt da? Verstehe ich nicht. Hey, ihr habt rot. Äh, grün. Boah. Boah, voll der Verkehr. Ach, du Scheiße. Das macht ihr irgendwie der schon, ey. Ich bin gar nicht im Weg. Lass das an die Presse durchsickern. Und ein paar andere Sachen auch. Ich denke, man würde ein Spiel einfach in Erne Schnee und dann mal so gehen. Ich würde, ich glaube, der schockt ja richtig. Hoi! Wie kürzt denn so? 90 Meter. 80 Meter. 70 Meter. Und 60 Meter. Sind leichter. 50 Meter. Ach! Ist das nicht Dingeshaus? Ne, doch nicht. Oh! Die kennt man doch aus Karstadt, oder nicht? Hopp! Ey, geil. Können wir nicht schubsen. Hoppla! Juhu! Fußball! Bam! Oh! Scheiße! Kann man hier auch hochklettern? Das wäre natürlich cool. Mann, du setzt auf die Leiter. Nö. Kann man nicht. Scheiße, du sollst rutschen. Hat man das dir nicht beigebracht? Ach, kack drauf. Der Typ habe ich aggro. Hör auf, was geht? Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Nö, ist kein E. Egal, es ist ein Club. Einer von den Typen muss dabei sein. Ach, krass. Ist ein Schuh bei, ähm... Fahr-Qual-3. Ich guck mich mal erst mal hier oben. Kopfschub... Oh, shit! Scheiße, ich hab den Tisch umgeschübst. So kann ich den Knopf um... Knopf drauf treten, bam. Geht das für aus. Geht man hier an. Hey. Das ist die andere Tür. Die ist ja verbarrikadiert. Die wundert sich auch nicht, dass ich hier drin bin. Warte, ähm... Ich kann ja mal Schätzungen aufmachen. Hm, wer könnte Tobias sein? Also, ich schätze mal... Hm. Also, der Typ... Hat da irgendwas gehackt. Ich glaube, jetzt ist der da. Der Glatzkopf. Sag ich mal. Du bist es doch, oder? Joachim. Und, äh... Mark. Und, äh... Hey! Nein! Der findet den hässlich. Der sind guckt ja immer weg. Bobus. Bobus du hässlich. Bobus du hässlich. Ähm. War mein Platz. 200, ne? Geht ja nur. Ich hoffe, ich gewinne. Der Pod ist 3. Und wir haben 200. Aha! So kann man auch sehen, was die anderen haben. Big Blind. 2. Dealer. 200. Small Blind. Was ist das da? Oh. Ah, okay. Es steht da das. Okay, was ist denn am besten? Höchste Karten. Wenn keine andere Gewinnkombination verfügbar sind. Gott, ich muss die ganze Kombination merken. Höchste Karte. 3 und K. Ja. Hab ich jetzt, oder was? Ja. Ach, cool. Auch nicht schlecht. Wenn ich's durchmachen, guckt der sinker. Was haben die? Wacht auf einsatz? Wacht auf einsatz. Hm. All in. Waste. Waste. Was ist das? Okay, kommt danach nix mehr. Oh, den. Also, ich kann direkt meinen ganzen Chips verklebackeln. Oder aber auch. Oh nein, der Spiel tagt wieder. Oh nein. Warte. Okay. Dead 1, 2. Und da ist ein Dealer. Small Blind. Big Blind. Was haben die denn für Karten? Kann man's nicht hacken? Fall. Was heißt das? Mann, ich weiß vom Spiel nix. Mann, dass man automatisch auf den Tisch guckt. Das find ich so kacke. Oh. Ah. Warte, was haben wir denn da? Was haben die denn da? Sie heben doch manchmal die Karten hoch, oder nicht? Ah, hier kann man... Ah, das ist der Tobias. Stress überwachen. Guck, da hab ich doch richtig gelegen. Guck. 43. 37. Und das ist 27. Stress überwachen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber... Stress Level 33. 36. 36. So, nochmal. Ah, nee, es geht ne Veränderung. Okay. Ja, dann setz ich mal ein, ne? Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich... Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehm das mal als... Was ist der für ne Stimme? Nein, nimm es als... Das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? das geht's kasih. Ja, auf jeden Fall. Ihn... Ich... Vielen Dank.